Herzlich willkommen im Freundin-Finden-Podcast. Daran merken Frauen, dass du creepy bist. Frauen sind sehr, sehr gut darin, die kleinsten Anzeichen von Unsicherheit und Gefahr wahrzunehmen, besonders bei Männern. Aus diesem Grund solltest du diese Folge wichtig nehmen, ernst nehmen. Denn wir werden dir hier nicht nur die Signale aufzeigen, die du vielleicht unterbewusst schon längst an den Tag legst. Und sowas wie starre Körperhaltung, dein Blickkontakt ist nicht richtig oder du zögerst noch beim Ansprechen von anderen Menschen. Diese Punkte und auch viele weitere Punkte werden wir heute angehen und dir natürlich auch sagen, wieso das so rüberkommt. Und das Geile ist, wir geben dir einen Weg daraus, wie du mit mehr Leichtigkeit und Authentizität attraktiv bei Frauen ankommen kannst. All das in dieser Folge. Herzlich willkommen im Freundin-Finden-Podcast mit mir, Andy Friday, deinem Coach, um die Frauen zu urbanen und zu behalten, wie du wirklich willst. Und unserem Experten für Selbstbewusstsein im Team Dominik van Arbe. Ja, genau. Ein pickepacker, pickepacker voller Podcast heute. Sehr viele P's. Und ich würde sagen, lass uns direkt starten. Das erste Bahnsignal, was ich schon bei weitem meistens beobachten kann bei einem Mann, besonders wenn wir sie in unserem Kontext des Coachings live in Person sehen. Wir haben ja mehrmals im Jahr die FMC Live, also die Flirt Masterclass Live, wo unsere Teilnehmer kommen, wo diese Community, die Familie jedes Mal sich sieht. Und das ist mega geil. Da können wir sehr schnell auch schon erkennen, Dominik, wenn ein Mann eine versteifte Körpersprache hat. Das ist einfach, das kommt sehr schnell schon rüber. Und es ist fast so, als ob unser Auge schon darauf geschult ist. Es ist ein Instinkt, sofort das zu bemerken, was fehl am Platz wirkt. Das heißt, dieser Mensch, der fühlt sich nicht wohl hier. Warum fühlt er sich nicht wohl hier? Das liegt wahrscheinlich einfach nur so tief in uns, schon in unserer DNA verankert. Weil natürlich müssen wir gucken, wo ist Gefahr? Wo ist jemand, der könnte meinen Stamm, meine Familie, ja, eine Gefahr für darstellen? Und deswegen bemerken wir das immer sehr schnell. Da will ich mich ja davon fernhalten. Richtig. Das ist ja das, was wir dann als creepy bezeichnen. Genau, genau. Creepy ist, abgesehen davon, dass es ein Anglizismus ist oder nicht mal ein Anglizismus, es ist ein englisches Wort, wollen wir vielleicht hier auch einen hilfreicheren Begriff nutzen, weil creepy hat natürlich eine Wertung drin, die du von dir selber vielleicht hast, die andere vielleicht dann auch tatsächlich haben, aber es ist vielleicht nicht akkurat genug. Es ist vielleicht ein bisschen bequem, diese Definition. Was trifft es denn noch viel besser? Ich glaube, wenn du dich nicht wohl in einer Situation fühlst, du fühlst dich fehl am Platz, du hast das Gefühl, dass andere vielleicht charismatischer sind als du und du musst aufpassen, dass du hier keinen Fehler machst, dann ist eher der Begriff unsicher, nicht selbstbewusst, viel zutreffender. Und das sind die Dinge, an denen wir auch arbeiten können, weißt du, weil Creepiness ist ein Wert, wie sollen wir weniger creepy sein? Ich meine, dann stellen wir uns vor, naja, ich bin halt so und ich kann daran nichts ändern, aber das ist nicht wahr. Wenn wir aber sagen, es wirkt unselbstbewusst, es wirkt unsicher, dann können wir was dran tun, weil an deiner Sicherheit, an deinem Selbstbewusstsein kannst du arbeiten, 100%. Genau, also diese Unsicherheit, die, wie gerade schon gesagt, die strahlen wir halt aus, weil wir, also warum sind wir unsicher? Weil wir im Außen schauen, ob das gerade gut ist, ob das gerade sicher ist, was wir machen. Also das heißt, wir wollen halt auch die Nähe und die Sicherheit, also die Geborgenheit, die Gunst unseres Stammes nicht verlieren. Wir wollen, dass die Menschen um uns herum uns immer signalisieren, es ist okay, dass du noch da bist, es ist okay, dass du, oder wir passen auf dich auf und so weiter. Und dementsprechend ordnen wir uns dann, wenn wir selber halt schon diese Unsicherheit mit uns tragen, halt dem Ganzen unter. Wir suchen nach Signalen und so weiter, nach diesen Zeichen, nach den Zeichen, dass sie uns mag und wie können wir diese Zeichen hervorbringen, dass sie uns mag, damit wir noch mehr Sicherheit im Außen bekommen und so weiter. Und das zeigt sich dann unter anderem halt auch einfach an unserer Sprechweise, an unserer Körpersprache. Und was wir halt sehr oft beobachten an Männern, die bei uns ins Coaching kommen und wobei wir auch helfen können, ist halt dann genau dieser Punkt, dass sie halt, wie Andi schon gerade gesagt hat, dass sie halt zu steif sind. Aber auch natürlich im anderen Extrem haben wir das sehr häufig, dass sie zu, in Anführungszeichen, zu weich sind, dass sie keinerlei Spannung im Körper haben. Und zum Beispiel dann sehr weiche, also das ist jetzt aus unserer Wahrnehmung und du wirst damit nicht so viel anfangen können, aber einfach nur damit du den Begriff schon mal gehört hast, sehr weiche, sehr feminine Gesten haben, wo dann auch zum Beispiel so ein Handgelenk dann einfach mal sehr so übertrieben abknickt, obwohl einfach eine gerade Geste die richtige gewesen wäre. Und einfach da ein Zugang zum Körper fehlt, der sich halt so äußert, dass sie halt dann zu weich sind, in Anführungszeichen, oder halt zu versteift. Und wenn wir halt sowas haben, wenn halt dann, also wir können uns das vorstellen, dass halt durch unseren Körper die ganze Zeit Information läuft. Halt vom Gehirn an die Körperstellen und von den Körperstellen wieder zurück ins Gehirn. Und wenn diese Informationen halt nicht korrekt fließen können, dann fehlen uns halt Informationen im Gehirn, dann fehlen uns Energien. Und diese Energien werden halt dann kompensiert, halt durch unsere Körpersprache. Oder halt beziehungsweise zeigen sich dann so durch unsere Körpersprache. Und das kann sich dann halt so äußern, dass wir dann zu versteift sind, zu weich sind. Und das strahlen wir dann auch auf andere aus. Also halt, wenn wir zu versteift sind, halt zum Beispiel uns nicht, unseren Kopf nicht bewegen können. Also unseren Kopf nicht zu jemandem drehen können, der neben uns steht, sondern uns mit unserem ganzen Körper irgendwie dahin drehen müssen. Das wirkt dann halt auch schon einfach versteift und dadurch halt so nicht fließend, nicht im Flow sein, nicht zugänglich auch. Also als ob wir halt eine Rüstung tragen, so eine Ritterrüstung tragen. Oder wie du, Andi, gerade in unserem Vorgespräch, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, gesagt haben, wie... Batman Begins. Batman Begins, genau. Batman Begins und auch die anderen alten Batman-Filme mit Wellkillma und so. Einfach so überhaupt nicht den Hals bewegen. Genau, man muss erklären, in Batman Begins und in vielen anderen Batman-Filmen war das Kostüm tatsächlich so steif, da gibt es Making-ofs von, die du dir anschauen kannst, dass der Schauspieler einfach nicht den Hals drehen konnte. Also links und rechts war nicht möglich, weil es so fest an seinen Schultern angeheftet war, dass er immer den gesamten Oberkörper drehen musste. Und da gibt es ganz viele Szenen, die man anschauen kann, die ganz witzig sind. Das haben sie dann gefixt in den nächsten beiden, Dark Knight und Dark Knight Rises. Ja, und... Haben sie, glaube ich, auch erwähnt. Ja, ja. Im Film selber, so endlich kann ich meinen Kopf bewegen oder sowas. Irgendwo wurde es erwähnt, ja. Oder in irgendeinem Marvel-Film danach, so als Verarsche für Batman. Ja, genau. Genau. Und das ist halt, das kannst du halt einfach mal vielleicht für dich selber überprüfen, wenn du halt das nächste Mal in einem Gespräch mit einem vielleicht Arbeitskollegen bist oder so, dass du dich mal neben ihn stellst und dann wie einfach, wie natürlich, wie fließend es für dich ist, den Kopf dann zur Seite zu bewegen, um mit ihm zu sprechen. Oder ob du das Gefühl hast, dass du dich halt irgendwie so ein bisschen nach vorne lehnen musst mit deinem gesamten Oberkörper, damit du ihn, ich mache das mal gerade nach hier, mit deinem gesamten Oberkörper dich vor ihn lehnen musst, um auch mit ihm zu sprechen. Und das führt, das möchte ich gerade irgendwie schon mal anteasern, das führt halt auch zu einem zweiten Punkt, den Menschen als creepy wahrnehmen oder auch dann Frauen als creepy wahrnehmen. Weil dadurch, dass du dich halt so zu ihm drehen musst, bist du dann direkt in seinem persönlichen Bereich drin, in seinem Personal Space drin. Das heißt, er wird dich halt als zu eng wahrnehmen. So dein Gesicht ist halt zu eng an seinem Gesicht. Und das geht scheinbar dann auch Hand in Hand, dass jemand, der halt sehr versteift ist und da keinen wirklichen Kontakt zu seinem Körper, keinen Fluss zu seinem Körper hat, dann auch Schwierigkeiten damit hat, den persönlichen Raum einer anderen Person wahrzunehmen und da halt auch eindringt. Beziehungsweise auch die Intimzone, also der intime Bereich eines anderen Menschen, wo wir halt nur unsere Freunde und Ängsten, also Ängstenfreunde ranlassen. So in diesem Bereich halt so direkt, wo wir, der Bereich, wo wir uns umarmen, wo wir uns küssen, wo wir auch Sex haben. So deswegen der intime Bereich. Und das ist halt so ein Bereich, wo dann viele Männer, die halt den Zugang zum Körper noch nicht so ausgereicht haben, ausgereift haben, noch nicht so gebildet haben oder das halt irgendwie nie gelernt haben, dass sie halt in diesen Bereich sehr schnell reintreten, anstatt halt in die Distanzzone, wo wir uns gerade selber kennenlernen, wo wir noch uns entspannen können, dass wir die andere Person noch beobachten können und so weiter. Also das ist sehr eng miteinander verbunden. Wenn wir unseren eigenen Körper schon nicht spüren, dann können wir ja auch einen anderen Körper, eine andere Zone, also quasi die persönliche Zone eines anderen nicht wahrnehmen. Wie sollten wir auch? Ja, eine der hilfreichsten Arten, um seinen Körper besser kennenzulernen, gerade im Kontext des Kennenlernens von anderen Menschen, also Flirten, Dating, Sexualität, ist Tanzen. Also gerade enge Paartänze wie Salsa, Bachata, Kizomba sind super, um einfach Lockerheit zu lernen und nicht theoretisch zu lernen, sondern in der Praxis zu lernen, einfach in Mark und Bein übergehen zu lassen, weil du kannst nicht versteift tanzen. Das wirst du irgendwann automatisch loslassen, die Versteiftheit, weil der Körper sich einfach an die Bewegungen gewöhnt. Und mit der Zeit bist du immer souveräner in deinem eigenen Körper. Und das merkt man auch natürlich. Menschen, die Tänzer sind, das siehst du denen auch an. Gerade Gang, viel mehr Schwung, wie sie sich bewegen. Schwung in der Hüfte, Schwung in den Schultern. Genau, da erkennst du, da ist eine gewisse Körperspannung, aber nicht Anspannung, die unangenehm ist, sondern Körperhaltung ist vielleicht ein besserer Begriff. Die Haltung ist einfach sehr, sehr souverän, selbstbewusst. Und das ist ja genau der Effekt, den wir auch bewirken möchten, dass wir uns wohl in unserem eigenen Körper fühlen. Wie Dominik gesagt hat, wenn ich mich wohl in meinem eigenen Körper fühle, dann fühle ich mich vielleicht auch wohl mit deinem Körper, wenn wir uns ausziehen. Aber wenn ich mich mit meinem eigenen Körper schon nicht wohlfühle, dann werde ich mich mit einem fremden Körper erst recht nicht wohlfühlen. Und das merken natürlich auch andere. Das merken besonders Frauen, wenn sie im Kontext von irgendeiner romantischen oder sexuellen Situation mit dir sich was erhoffen wollen und dann denken sie, mit ihm passt das wahrscheinlich nicht. Er ist mir zu unsicher. Das ist dann einfach das Feedback, dass du vielleicht nicht mal verbal bekommst, aber was sie dann einfach denkt. Ja, und wenn du halt versteift bist, ganz kurz den Satz noch, wenn du versteift bist, dann hast du halt sehr oft, also die Energie kann dann halt nicht fließen, so die Emotionen können halt auch nicht auf seine Stimme fließen. Menschen, die sehr versteift sind, die also in der Hüfte versteift sind, die haben ein Problem mit ihrer Sexualität sehr oft. und Menschen, die sehr versteift sind zusätzlich oder nur versteift sind in ihrer Schulter, in ihrem Brustbereich, die haben ein Problem, ihre Emotionen auszudrücken. Weil du kannst dir ja vorstellen, die Emotionen, die kommen entsprechend aus deinem Körper geflossen wollen, durch den Mund, durch deinen Mund in die Welt herausgesprochen werden. Und wenn das halt alles versteift ist da, dann machst du halt diesen Weg zu. Und also warum? Weil du halt das physiologisch machst, was dein Körper macht, wenn Gefahr droht, also Unsicherheit droht im Äußeren. Wenn irgendwie hinter dem Busch ein Säbelzahntiger lauert, dann wirst du auch deine Schulterpartie anspannen, weil jetzt gerade der Zeitpunkt ist, dich zu verteidigen und zu kämpfen und nicht um deine Emotionen auszudrücken und darüber zu sprechen, wie es dir gerade geht und was du gerne machen möchtest oder wie schön sie ist. Das ist gerade nicht wichtig, sondern dein Überleben ist wichtig, weil eine Unsicherheit droht. Deswegen bist du unsicher und deswegen verkrampfst du da auch. Ja, eine wirklich tolle Selbstanalyse, die du einfach durchführen kannst, in jeder Situation, wo du unter Menschen bist, aber auch jetzt einfach zu Hause, besonders aber, wenn du unter Menschen bist, ist, bewege ich denn meinen Kopf unabhängig von meinen Schultern? Sagen wir mal, du sitzt, so wie ich jetzt gerade hier am Schreibtisch und eine Kollegin kommt rein von rechts und läuft rechts an dir vorbei. Verfolgst du sie nur mit deinen Augen? Die Augen bewegen sich mit, aber Kopf und Schultern bleiben fixiert oder bewegst du irgendwann den gesamten Körper, weil sie, sagen wir mal, dich anspricht? Sie läuft vorbei und dann steht sie rechts neben dir, 90 Grad, und sie spricht dich an. Bewegst du dann den ganzen Körper, drehst dich zu ihr um oder nicht. Manche Männer werden dann auch sich gar nicht umdrehen, sondern werden einfach nur maximal mit ihren Augen gucken, nach rechts gucken, also so, dass es schon wehtut im Schädel, aber werden den Kopf nicht drehen. Und das ist, woran du es merken kannst. Wenn du deinen Kopf unabhängig von deinen Schultern ganz locker drehen kannst, dann kommt das auch viel selbstbewusster, lockerer rüber. Probier das mal. Wenn jemand vorbeiläuft, dass du dann nicht nur mit den Augen denjenigen verfolgst, sondern dass du mit dem ganzen Kopf dich umdrehst. Mit dem ganzen Kopf. Und wenn sich jemand neben dich stellt, dann auch mit dem ganzen Kopf umdrehen, nach links drehen, wo auch immer. Auch wenn ihr steht, im Kreise, steht da drei, vier Kollegen, Freunde, dreh nicht nur deinen ganzen Körper zu ihm hin, sondern bleibt man mit dem Körper ganz entspannt stehen und drehen nur den Kopf. Den Kopf zum einen, den Kopf zum anderen. Nicht, weil das der perfekte Weg ist, um den Kopf zu bewegen. Wir wollen hier auch nicht zu kleinlich werden oder zu Mikro-Management betreiben. Aber wenn du das kannst, wenn du das mal an dir beobachtet hast und du so, ey, nö, David, hab ich überhaupt keine Probleme, das ist schon mal sehr gut. Wenn du damit Probleme hast, dann üb das öfters. Damit du einfach lockerer in deiner eigenen Haut bist. Die Endlösung ist jetzt nicht, dass du jedes Mal nur deinen Kopf drehst oder nicht deinen Kopf drehst. Natürlich solltest du dich so wohlfühlen, dass du, egal wie du dich bewegst, du dich in deiner eigenen Haut wohlfühlst. Und dann kann es auch mal sein, dass du den ganzen Körper umdrehst. Es geht halt um Flexibilität dabei. Also halt nicht, dass du starr und steif bist, weil der steife Ast bricht. Der flexible Ast bewegt sich mit dem Leben, mit dem Wind. Und genau so darfst du das Ganze auch halt mit deinem Körper sehen. Flexibilität, wie der Tänzer. Der hat halt auch die Spannung drin, aber an den wichtigen Punkten ist er flexibel. Ja, genau. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, der auch einfach als creepy rüberkommen kann, ist nämlich dein Augenkontakt. Wenn dein Blickkontakt zu starr ist, also du schaust jemanden an und du schaust nicht weg, schaust und schaust und schaust und schaust, klar, dann kann das unangenehm rüberkommen. Aber was ist, wenn du den Menschen gar nicht anschaust, aber trotzdem einen starren Blick hast? Schaust starr nach unten oder schaust starr an dem anderen Menschen vorbei und guckst dann nur ganz kurz in seine Augen und schaust dann wieder weg? Du hast trotzdem die ganze Zeit einen starren Blick. Es kommt genauso unsicher rüber, ob du jetzt nach unten oder nach rechts guckst. Woran kann man da wieder merken, habe ich einen starren Blick? Anhand meines Tipps von gerade eben, bewege ich meinen Kopf unabhängig von meinen Augen oder nicht? Weil wenn dein Kopf starr bleibt, dann kommen auch die Augen als starr rüber. Wenn dein Kopf sich aber bewegt, entspannt ist, dann kommt auch dein Blick viel entspannter rüber. Wir haben manchmal Schwierigkeiten, diese Begriffe etwas auseinander zu halten, weil wir dann denken, okay, starrer Blick, ich darf nicht starr gucken, also gucke ich weg. Und dann gucken diese Männer nach unten, nach links und rechts und gucken überall hin, nur nicht zur Frau, aber haben dann eben den Kopf und die Schultern ganz starr. Also da ist trotzdem Starre da und das darf nicht passieren, mein Lieber. Behalte deinen ganzen Körper locker, bewege dich ruhig absichtlich ein bisschen. Vielleicht wippst du hin und her, wippst du ein bisschen von einem Bein aufs andere Bein. Wenn du sie anschaust, schaust du direkt in die Augen und dann drehst du den Kopf einmal zur Seite, schaust mal nach rechts, schaust mal nach unten, schaust mal nach oben, schaust wieder zu ihr. Viel lockerer, wenn dein ganzer Körper sich dabei bewegen kann und nicht nur die Augen. Daran merkst du einen starren Blick. Nicht an der Starrheit der Augen, sondern an der Starrheit des ganzen Körpers. Ja, wichtiger Tipp. Wir sehen auch häufig, dass diese Starrheit nicht nur in den Augen, nicht nur im Körper, sondern auch, wo du dich befindest und wo du hin willst, existiert. Das heißt, diese Männer kleben oft einfach am selben Fleck. Die kleben einfach, die bleiben stehen. Und damit bist du einfach nicht sehr, wiederum nicht sehr flexibel. Du kannst nicht auf andere zugehen, wenn jemand auf dich zukommt. Dann drehst du dich ganz komisch rüber, nicht selbstbewusst, sondern starr. Und wenn du dann auf andere zugehen sollst, machst du es gar nicht. Du zögerst, auf andere zuzugehen. Dein Körper hat sich schon an diese Starre gewöhnt und du bleibst einfach stehen. Und dann ist es vielleicht so, Das wäre jetzt eine Schockstarre. Ja, so kommt es dann auch rüber. Und dann ist es vielleicht auch so, dass deine Freunde, deine Kollegen loslaufen, um jemanden zu begrüßen, um irgendwas zu machen und dann bist du der Letzte. Weil du als Letztes diese Starre überwinden kannst und okay, dann laufe ich jetzt auch mal los. Aber dann dackelst du der ganzen Gruppe hinten hinterher. Und dann kommst du eben auch nicht wieder als der Mann rüber, der mit der Frau locker ein Gespräch führen kann, sondern eher als derjenige, der sich im Hintergrund aufhält. Was auch nicht per se jedes Mal schlimm ist. Tiefe Wasser sind, Entschuldigung, stille Wasser sind tief und du kannst auch als schüchterner Mann super attraktiv auf Frauen wirken. Aber nur, wenn du in Kontrolle deines eigenen Handelns bist. Wenn du ein Sklave deiner Impulse, ein Sklave deiner Ängste bist, dann kannst du nicht frei agieren. Weißt du, schüchtern sein bedeutet, dass du nicht der extrovertierte Typ bist, der sobald es irgendeine Bühne gibt für ihn, dann auf andere Leute zugeht und hey, wer bist du, wer bist du, wer bist du? Das liegt dir nicht und das ist okay. Das liegt mir auch nicht. Das heißt nicht, dass du das tun können musst. Nö, nö, nö. Du musst nicht auf andere so extrovertiert und charismatisch zugehen können. Aber wenn es darauf ankommt und dir gefällt eine Frau und du willst wissen, wer sie ist, du willst wissen, ob sie Single ist, du willst wissen, ob deine Chemie zwischen euch besteht, damit da vielleicht eine Chance für mehr da ist, dann darfst du auch diese Freiheit kultivieren, auf sie zugehen zu können. Nicht als Zwang, nicht weil du der Typ bist, der immer auf Frauen zurennt, nein, aber wenn es deine Wahl ist, wenn du das möchtest, dann kannst du auch als schüchterner Mann jetzt die Entscheidung treffen, okay, zu ihr gehe ich jetzt hin. Bei ihr ist es mir wert, hier werde ich meine Ängste überwinden und ich laufe auf sie zu. Und darum geht es eigentlich, dass du in Kontrolle bist, dass du nicht der Spielball bist von anderen Menschen, aber auch nicht von den ganzen Ängsten, die wir reinprogrammiert bekommen haben über Jahrzehnte in unseren Kopf. Und dann kannst du auch als erster Mal loslaufen und du hast nicht diese Starre an deinem Ort, sondern du zögerst nicht mehr und du kannst auch direkt auf eine Frau zugehen. Eine dieser Grundregeln, die du vielleicht schon mal aufgeschnappt hast, vielleicht noch nicht, in sozialen Kontexten ist die Drei-Sekunden-Regel. Das heißt, du siehst jemanden, den du interessant findest, du möchtest gerne ein Gespräch beginnen, sobald die drei Sekunden nach dem ersten Blickkontakt verschwunden sind, dann kommen die Ausreden, dann kommen die Ängste, dann kommen die Blockaden hoch. Aber innerhalb der ersten drei Sekunden dann bist du noch in einem Zustand, welcher es dir erlaubt, einfach zu handeln. Das ist dieses Zeitfenster, das du nutzen darfst, das du nutzen musst in diesen Situationen. Dann lauf los, sag schon mal Hallo, noch bevor die Zweifel kommen. Nach drei Sekunden kommen schon längst die Zweifel auf. Damit machst du es dir noch schwerer. Keine Sorge, wenn du da jetzt noch nicht bist und du hast, egal ob es drei Sekunden vergangen sind oder zehn Sekunden, du bist einfach noch schüchtern, du fühlst dich noch nicht souverän genug auf andere Personen zuzugehen, geschweige denn eine schöne Frau. Kein Problem, das kann man lernen. Wir machen das seit über zehn Jahren, das bringen wir den Männern bei uns jeden Tag bei. Und weil wir das schon so lange machen und mit so vielen verschiedenen Männern auch schon zusammengearbeitet haben, mit Hunderten und Hunderten und Hunderten von Männern, wissen wir auch, wie du bei Frauen vielleicht die Angst entwickelst oder wie du bei manchen Frauen vielleicht sogar Selbstbewusstsein schon längst in dir hast. Wo da jetzt die Ankerpunkte sind, die Stellschrauben, an denen man drehen kann, damit dein Charisma auch wirklich aus dir rauskommt und du frei vor anderen Menschen reden kannst, dich freigeben kannst, deine Bedürfnisse äußern kannst, Nein sagen kannst, wenn es nötig ist oder eben auch dein sexuelles Interesse zeigen kannst. Ich will dich, ich mag dich. All das zu signalisieren, das können wir dir sehr gerne in einer kostenlosen Flirty- und Charisma-Analyse näher bringen. Der Link dafür ist einfach hier unter dem Video www.flirtanalyse.de in der Beschreibung oder in deinem eigenen Browser einfach eingeben, flirtanalyse.de. Genau. Und zusätzlich noch zu dem Punkt des Augenkontaktes. Das Ding ist ja, wenn wir es schwer haben, jemanden in die Augen zu schauen, dann aus dem Grund, weil wir selber nicht gesehen werden wollen, weil wir selber ein Problem damit haben. Und das ist, wenn wir das halt weiter aufdröseln, dann kommen wir halt noch, landen wir halt zu dem Punkt, bei dem Punkt Selbstbewusstsein. dass wir selber uns zurückhalten, also wir landen wieder bei dem Punkt Unsicherheit, weil wir das Gefühl haben, dass wir das nicht dürfen, dass wir nicht jemanden anschauen dürfen. Du hast vielleicht von deiner Mutter gehört, starr die Leute hier nicht so an. Und was es halt bedeutet ist, du warst neugierig damals als Kind und hast dafür, wurdest dafür bestraft, dass du neugierig warst, dass du herzliches, also von Herzen kommendes Interesse hattest. Und das durftest du nicht mehr. Und jetzt bist du 30 Jahre älter und möchtest jemanden anschauen oder findest jemanden interessant und denkst, okay, da darf ich nicht hinschauen, weil dann bin ich irgendwie, werde ich als perverser wahrgenommen und so weiter. Und das ist halt dann, das Wegschauen halt aus der Angst, ertappt zu werden. Und dieses ganze Thema von aus der Angst ertappt zu werden und nicht gesehen werden wollen, was ja auch die Angst ist, so Hilfe, 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 ich werde gleich gesehen und dann gibt es Ärger oder dann bin ich im Mittelpunkt und im Rampenlicht und so weiter. Das ist ja alles Angst. Und wenn du dich aber dafür entscheidest, dass du jetzt gerade neugierig sein möchtest, durch die Welt blickst und einfach auch Leute, einfach, ja, Augenkontakt mit ihnen aufbaust, um ihnen auch einen schönen Tag zu wünschen, um ihnen einen schönen Tag zu wünschen und dich mit ihnen zu verbinden in irgendeiner Weise, dann kommt der Augenkontakt halt auch aus dir und es fällt dir leichter, diesen Augenkontakt aufzubauen. Unter anderem, weil du dadurch gesehen wirst, also das ist halt einerseits der Ursprung des Ganzen, so du gibst dir die Erlaubnis zu sehen und gesehen zu werden dadurch, aber du wirst halt auch gesehen dadurch. Also das ist halt Start und Endpunkt dieses ganzen Unterfangens, wenn du Augenkontakt aufbaust. Das heißt, du wirst von Leuten selber auch wahrgenommen und das führt dann nicht zu einer Negativspirale, sondern eher zu einer Positivspirale. Du machst mehr positive Erfahrungen dadurch, weil du derjenige bist, der plötzlich halt sich entscheidet, Augenkontakt aufzubauen und der sich entscheidet, Leute wahrzunehmen. Und das Ding ist, genauso wie du denkst, genauso wie du die Ängste, die du hast, die sozialen Ängste, die du mit dir rumschleppst, die alle Bullshit sind, alle Illusionen, da kannst du nichts für, aber die sind alle Illusionen, die existieren nicht, die sind einfach nur Interpretationen in deinem Kopf. Genau diese Ängste, die haben die Mehrheit, 99 Prozent, alle anderen Menschen da draußen auch. Die Frau, an der du gerade vorbeigehst und mit dir Augenkontakt aufbauen wolltest und die dich nicht angeschaut hat, die hat wahrscheinlich genau die gleiche Angst wie du, gesehen zu werden. Und wenn wir das erstmal in unser Bewusstsein holen, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, irgendwie wenn sie dann nicht geschaut hat oder wenn sie nicht zurück Hallo gesagt hat, weil vielleicht war sie halt noch nicht so weit. Während du aber zum Beispiel diese Podcast-Folgen hörst, dich damit beschäftigst und mental da einfach bereit bist, auf Menschen zuzugehen, Kontakt herzustellen, Augenkontakt aufzubauen und dann merkst, andere Menschen sind das noch nicht. Du wirst dadurch hoffentlich dann nicht entmutigt, sondern kannst das verstehen. Du kannst mehr in die Empathie reingehen, weil du beschäftigst dich vielleicht seit drei Wochen, seit drei Monaten, seit drei Jahren mit diesem Thema und die Frau, an der du vorbeigehst, nicht. Warum also deine Wahrnehmung oder deine Historie, deine Biografie, dein Fokus mit dem Thema ich möchte gerade gerne jemanden kennenlernen, auch auf sie übertragen, das macht ja gar keinen Sinn. Aber wir machen das ganz gerne, weil wir halt von uns selber denken, wir sind nicht gut genug, wir müssen noch ganz viel lernen und alle anderen da draußen sind aber gut genug, die müssen das halt nicht mehr lernen und wenn die jetzt nicht zurückschaut, die Frau, wenn die jetzt nicht beim Augenkontakt zurückschaut, dann ist es ein ganz glasklares Zeichen dafür, dass ich nicht gut genug bin. Dabei hast du dich einfach nur seit einiger Zeit darauf fokussiert, auf deine Entwicklung und die Frau nicht auf ihre oder so oder ist gerade im Kopf, hat es gerade eilig und so weiter. Es gibt Millionen Gründe, die nichts mit dir zu tun haben und all diese Gedanken darüber sind im Prinzip, wenn wir so wollen, egoistisch und das möchtest du ja nicht sein. Konzentrier dich darüber, Liebe zu verteilen, andere zu sehen. Augenkontakt aufbauen heißt, ich sehe dich, ich sehe dich, nicht schau mich an. Das ist es. Gib anderen das Gefühl, das Geschenk, das was du eigentlich vermisst. Gib das, was du möchtest. Ja, das ist es. Wir sind so gefangen in unseren eigenen Ängsten, dass wir nicht wahrnehmen, was die anderen Menschen wohl gerade alles empfinden. Und wenn wir so gefangen sind in unseren eigenen Ängsten und Emotionen und Blockaden, dann können wir auch gar nicht wirklich den anderen Menschen so wahrnehmen, wie er sich dann gewertschätzt fühlt, gesehen fühlt. Wenn du eine Frau anschaust, als gäbe es keine andere Frau auf der Welt und du hast dabei keine anderen Wünsche in dir. Du willst nicht, dass sie dich will, dass sie dich mag, dass du keinen Fehler machst, dass du das Richtige sagst, dass sie, ja, dass sie Gefallen an dir findet. Das ist dir alles schnurzpiepegal. Du schaust sie gerade nur an, weil du ihre Schönheit, ihre Art, ihre Natur, ihre Intelligenz, ihre Art, die Welt, Präsenz, die Art, mit der sie den Raum betritt, mit der sie den Raum und die Menschen um sie herum mit Freude erfüllt. Du bist einfach voll und ganz in einer Verehrung dessen, was sie gerade gibt. Du bist in einem Zustand, das, wir formulieren es einfach mal, wow. Du bist baff, du bist hin und weg, du bist einfach nur wow. Das bedeutet, dass du nicht in deinen eigenen Gedanken bist. Dieser eine Moment, wow, das ist ein toller, authentischer, ehrlicher Moment. Versuch diesen Moment, das kindliche Staunen, ja, versuch diesen Moment zu verlängern, denn sobald diese Ängste und wie komme ich gerade rüber und was denken die anderen von mir, welchen Fehler könnte ich machen, sobald das einmal in dein Bewusstsein eintritt, dann verhältst du dich komisch, dann kommt diese Starre, dann kommt der komische Blickkontakt und so weiter, dann traust du dich nicht den ersten Schritt zu wagen und so weiter und so fort. Aber dieser eine Moment, wenn wir den einfach länger halten können, den Moment dieses Staunens, der Hingabe, der Verehrung, dann verstehst du, was auch Unabhängigkeit bedeutet, von der wir so oft reden, die emotionale Unabhängigkeit, dass du keine Reaktion von außen benötigst. Und in diesem Zustand, mein Lieber, wenn du dann vorwärts gehst, wenn du dann Hallo sagst und du dann das Gespräch beginnst, wenn du ihr dann ein Kompliment machst, aufgrund dessen, dass du nichts brauchst von ihr, weil du einfach nur hin und weg bist, das ist der Moment, wo magische Verbindungen entstehen. Immer und immer wieder sehen wir das. Das sehen wir immer und immer und immer wieder. Die Teilnehmer, die im Coaching bei uns berichten, wie sie die Frau kennengelernt haben, mit der sie jetzt zusammen sind, das sind immer dieselben Geschichten. Das ist immer ein Moment des Staunens. Das ist immer ein Wow, ich war echt hin und weg von ihr und sie hat das gespürt, sie hat das gemerkt. Deswegen ist einer der Sätze, die am meisten die Frauen den Männern geben, die bei uns im Coaching sind. Danke, dass du mich angesprochen hast. Das ist der Satz, genau so als Zitat, was wir immer wieder hören, was die Frauen den Männern sagen. Warum sagen die Frauen das? Weil diese Männer so frei sind in dem Moment, weil sie diesen Moment, sie haben diesen Moment einfach existieren lassen, ohne dass sie ihre eigenen Ängste in den Weg haben kommen lassen. Sie haben einfach den Moment der Präsenz existieren lassen. Da ist eine Frau, wow, und das war's. Das ist die einzige Wahrheit, die in dem Moment zählt. Und wenn sie dann vorwärts gehen und sie bleiben in dieser Hingabe, in dieser Liebe, das merkt jeder. Und das kommt nicht creepy rüber, das kommt nicht rüber, als wärst du dann der Nächste, der in die Friendshow gesteckt werden muss, weil sie merkt, der will ja gar nichts von mir. Wieso ist der gerade so zielgerichtet? Er strahlt über beide Backen, seine Augen strahlen, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass da Angst ist. Warum? Er will mich kennenlernen. Wow. Ein Mann, der so ohne Furcht auf mich gerade zugekommen ist, so souverän und selbstbewusst mit mir spricht und mich kennenlernen will, ist das beste Geschenk, das du ihr geben kannst. Das ist echte Hingabe, ohne, dass du irgendwas zurückverlangst. Das ist, weil es selbstlos ist. Und genau das, also ich hatte jetzt am Wochenende zwei Teilnehmer zu einem Two-on-One, also Einzelcoaching im Prinzip, hier bei mir. und am Sonntag saßen wir, saßen wir am Nachmittag in einem Café und einer der Jungs ist dann rüber zu einem anderen Tisch, wo zwei Frauen saßen. Und seine, wir haben herausgefunden, dass sein großer Punkt halt, einfach weil er sich so viel zurückhält, halt genau diese Zurückhaltung, die ich auch gerade angesprochen habe, das ist im Prinzip Egoismus. So, weil wir halt irgendwie uns, unsere Ängste zu stark wahrnehmen oder zu wichtig geben, denen zu viel Wichtigkeit geben, anstatt, dass wir erkennen können, dass wir eigentlich ein Geschenk für andere sein können. Und seine große Aufgabe war, genau das zu überwinden. Und aus freien Stücken, so weil wir uns da auch drüber unterhalten haben und das hat auch einfach alles für ihn Sinn ergeben, dass sein Weg halt vom Egoismus zur Selbstlosigkeit gehen darf und er sich das einfach genau für ihn sein Weg ist. Und der Weg dadurch ist halt durch Altruismus. Das heißt, etwas Selbstloses tun, etwas für jemand anderen tun. Und aus freien Stücken selber einfach hat er das gesagt, ich möchte mal gerade da rüber gehen und den beiden Frauen, die sich gerade sich irgendwie nicht so, die scheinen gerade nicht so freudig, aber die hatten auch keine schlechte Laune, die scheinen aber gerade nur nicht so freudig. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, da hinzugehen und den Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Und dann ist er aufgestanden, direkt nachdem er das gesagt hat, ist er da hingegangen und hat mit denen gesprochen und ich beobachte das so aus der Ferne und direkt fangen die Frauen an zu strahlen über beide, also dieses wirklich authentische Strahlen über beide Ohren, die Augen leuchten und die drei unterhalten sich für, was ist das, zehn Minuten ungefähr. Und das war sein einziger Wunsch, einfach, dass er diese Stimmung da gerade anhebt und den beiden Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und dann kommt er zurück und setzt sich hin und was er dann sagt, ist so, also er selber strahlt über beide Ohren, er ist einfach, er strahlt halt auch diese Freude aus und sagt so, meine Hände zittern. Das war so, so voller Ekstase war er. Und dann sagt er so, und weißt du, was die gesagt haben, als ich gegangen bin, ich habe das noch im Umdrehen gehört, dass die eine zu der anderen Frau gesagt hat, great, also wow, großartig. So im Sinne von, das war ja super toll. Und das ist, du spürst für dich selber, dass es das ist, was du erreichen möchtest, dass du einen Einfluss auf andere Menschen in positiver Weise hast, dass du, dass allein durch deine Präsenz, dass du wichtig bist, dass du für, einfach nur, weil du das gemacht hast, weil du jemandem, mit jemandem präsent warst, jemanden gesehen hast. Damit hast du den, den, den Lauf dieses Tages, dieses Menschen verändert. Vielleicht sogar sein ganzes Leben und dann vielleicht auch so den restlichen Lauf der Geschichte der Menschheit. Weil das ist halt Selbstwirksamkeit. Du bist wichtig. Und das halt durch genau diese Taten, das ist, das ist halt wie, als ob du halt einen Stein in einen Teich schmeißt und dann siehst, wie viele Wellen er, wie weit diese Wellen noch reichen von diesem Stein. Weißt du, es ist nicht getan damit, dass du an deiner Selbstliebe arbeitest und dich in meditativer Pose mit dir selber versucht zu verbinden und der Welt versucht zu verbinden, wenn das nicht geankert ist, wenn das nicht geankert ist an Erfahrungen in der echten Welt, Erfahrungen in Situationen, die dir gerade Angst machen, wie diese Frauengruppe anzusprechen und mit ihnen zu lachen. Wenn dir das Angst macht, dann musst du auch in diesen Situationen Erfahrungen machen. Das Ganze geht aber auch nicht ohne die Arbeit im Inneren. Deswegen ist der von Infine Podcast nicht nur von Andy Friday für dich, sondern von Dominik van Aave, Andy Friday und dem gesamten Team, das hinter uns steht. Im Coaching haben wir sehr viele verschiedene Richtungen an Impulsen, die dir dabei helfen, ein holistisches Bild von deiner persönlichen maximalen Ausstrahlungskraft zu vermitteln. Wenn deine Persönlichkeit so wirken würde, wie sie eigentlich geboren wurde zu sein, wenn wir kleine Jungs waren, dann haben wir das damals vielleicht noch eher hinbekommen, einfach auf andere zuzugehen. Hallo, wer bist du? Wer ist das? Mama, ich will da hingehen und dann rennt sie einfach los. Wie du vorhin gesagt hast, das kindliche Neugier, das haben wir irgendwann verloren. Und wenn wir wieder da einen Zugang zu finden können, das als erwachsener Mann mit derselben Freude zu verkörpern, dann haben wir viel mehr verstanden und verkörpert als alle Typen, die glauben, sie können Frauen rumkriegen mit irgendwelchen Tricks. All diese Tricks sind nicht nachhaltig. Frauen merken, wenn du sie versuchst zu bescheißen. Das wird vielleicht eine Nacht gut gehen, wenn ihr betrunken in der Bar euch kennengelernt habt. Vielleicht auch einige Wochen, wenn du ein richtiger Psychopath bist. Aber nach einer Weile merken das Menschen. Sie merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn du aber verkörperst, dass mit dir alles richtig ist, dass du weißt, dass du kein perfekter Mensch bist, aber du bist, du fühlst dich wohl in deiner eigenen Haut und du fühlst dich wohl in ihrer Nähe, besonders in ihrer Nähe, weil sie so ein toller Partner ist, dann merken Menschen, das ist jemand, mit dem könnte ich mein ganzes Leben verbringen. Das heißt nicht, dass sie das dann tun müssen. Das heißt nicht, dass du das tun musst. Es kann sein, dass ihr gute Freunde werdet für ein paar Jahre. Es kann sein, dass ihr den Rest eures Lebens zusammen verbringt und ihr eine Familie gründet. Kann auch sein, dass ihr einfach nur eine kleine heiße Affäre habt für ein paar Wochen und dann zieht sie wieder zurück nach Peru oder wo auch immer. Es ist alles möglich. Also diese Geschichten, diese Abenteuer, die entstehen eben dann, wenn du auch dein richtiges Warum dahinter hast. Nicht, ja ich will, dass Frauen mich mögen. Ich will Frauen rumkriegen. Ich will mehr Affären haben. Das ist kein starkes Warum. Damit wirst du keine schönen Geschichten schreiben. Schöne Geschichten schreibst du mit diesem selbstlosen Warum, was Dominik gerade beschrieben hat. Ich will einfach einen positiven Beitrag bei anderen leisten. Ich will so wirken, dass andere Leute sich freuen, wenn wir einen Austausch hatten. Ich möchte, dass eine Frau in dem Kennenlernprozess mit mir sich so wohl und behütet und frei fühlt, dass wenn wir uns verabschieden, sie inspiriert, beflügelt und happy ist. Das ist doch das Ziel. Und dabei müssen wir dann nicht jedes Mal darauf aus sein, eine Partnerin fürs Leben zu finden, sondern das kann auch wirklich einfach nur ein ein flüchtiges Hallo und ein Kompliment, das du gerade mal am Straßenrand gibst oder Bücherei oder beim Spazierengehen, beim Radfahren an der Ampel. Das kann so was ganz Kurzes sein. Und diese Gewohnheit, dass du der Mann bist, der sowas auch ganz kurz mal kann oder auch lang kann, das ist das, was dich dann effektiv auch an dein Ziel bringt. Es ist die Gewohnheit. Es ist, dass du immer wieder Zugang hast zu diesen Freiheitsankern, die natürlich wir dir im Coaching beibringen, aber das ist nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das dauert seine Zeit, weil wir sprechen hier wirklich von Gewohnheiten, die du aufbaust über Monate. Deswegen, die Flirtmasterclass bei uns, die geht 13 Wochen und die geht auch aus gutem Grund 13 Wochen, weil du natürlich auch dieses Gewohnheitspotenzial erstmal erlangen darfst, neben dem, dass du auch von innen heraus dich einfach immer wohl an deiner eigenen Haut fühlst. Dass das Innenleben und das Außenleben die Wahrheit widerspiegelt, nämlich, dass du ein wertvoller, toller Mann bist. Das spiegelt beides wieder. Das darf auch von außen und von innen gespürt und gesehen werden. Und das kommt nicht von einem Tag auf den anderen, mein Lieber. Von einem Tag auf den anderen gibt es manchmal diese krassen Erkenntnisse, wo du tatsächlich einen riesen Sprung machst. Zum Beispiel Florian, der gerade auch mit dir dieses Einzelcoaching hatte, der vor ein paar Wochen sein erstes Mal hatte. Mit, wie alt ist er? Ende 30, gell? Anfang 30. Okay, mit Anfang 30 hat er sein erstes Mal gehabt. Und das hat ihn natürlich extrem beflügelt, klar. So, der Mann, der ist auch schon ein paar Monate bei uns im Coaching, der hat sich jetzt eine Menge getan. Aber die Gewohnheiten haben ihn dahin gebracht, dass es überhaupt an diesem einen Punkt dann endlich klappen konnte. Und du wirst, wenn du daran arbeitest, dann wirst du auch Phasen haben, wo du an dir zweifelst, wo einfach kaum sich was scheinbar vorwärts bewegt. Und es ist okay. Wir brauchen nicht die ganze Zeit irgendwelche Resultate, deswegen sprechen wir. Weißt du, das ist der Unterschied zwischen den Männern, die unbedingt ein Ziel verfolgen und dann ausgebrannt und frustriert sind, weil sie das Ziel nicht erreichen innerhalb von irgendeinem gesetzten Timeline, wo sie natürlich auch komplett irrational und unrealistisch vorgehen und irgendwie denken, ja, ich muss das viel krasser hinbekommen als alle anderen. Also, mal davon abgesehen, dass die meisten Männer dafür definitiv ein paar Jahre brauchen, wenn sie das alleine versuchen. Also denkst du dann irgendwann, okay, jetzt bin ich im Coaching, jetzt werde ich hier innerhalb von einer Woche das alles hinbekommen. Entspann dich, das sind Gewohnheiten, die du etablieren darfst. Und wenn du dich dem Prozess hingibst, das heißt, dass du die Reise an sich genießen lernst, diese kleinen Momente mit Frauen, mit Männern, dass du dich wohlfühlst in der Nähe von anderen Menschen, diesen Tanz lieben lernst, den Tanz des Sozialen, nicht nur den körperlichen Tanz, sondern den Tanz des Sozialen, auch der Verführung, was auch ein Tanz ist. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Das ist spannend. Das ist ein Tanz des Flirts. Das können wir dir alles beibringen. Komm einfach in die kostenlose Flirty.charisma-Analyse, www.flirtanalyse.de für deinen eigenen Leitfaden. Und wenn du jetzt zu Hause weitermachen möchtest, dann mein Lieber, dann leg los mit den handfesten Tipps, die du auch jetzt schon bekommen hast und jetzt auch noch in der weiteren Folge bekommen wirst. Denn es geht nicht nur um Körpersprache. Es geht nicht nur darum, dass du in deinem Körper ein Gefühl der Lockerheit hast, um dann auch souverän vor jemandem anderen erscheinen zu können. Sondern es geht auch darum, dass andere merken, dass du dasselbe denkst, wie das, was du gerade tust und das, was gerade in dir, in deinem Herzen vorgeht. Wenn du unsynchrone, du asynchron bist, wenn sie merken, okay, er steht gerade vor mir und er hat mich gerade nach dem Weg gefragt, aber er schaut mich ein bisschen länger an als jemand, der nur nach dem Weg fragt. Wenn jemand mich nach dem Weg fragt, dann wird der so sagen, Entschuldigung, wo finde ich denn dies und das? Und dann drehst du dich um und guckst schon und zeigst in die Richtung, dann wird er das auch machen. Ah, ah, okay, alles klar. Dankeschön. und dann geht er los. Wenn sie merkt, da ist irgendwas anderes, weil er, er schaut nicht auf ihre Hand. Es scheint so, als ob die Menschen, denen du den Weg schreibst, den Weg beschreibst, immer enttäuscht sind. Okay, Dankeschön. Vielleicht, vielleicht wollen sie ja jedes Mal ein Gespräch mit mir beginnen und dann waren sie so, okay, ich werde nur weggejagt. Kann ja sein, dass das bei dir auch der Fall ist. Aber dieses nicht auf ihre Hand schauen und wo sie hinzeigt, sondern weiterhin in ihre Augen gucken und dann dich bedanken, aber trotzdem noch dastehen und irgendwie nicht so von der Stelle wegkommen, das merkt sie. Da merkt sie doch, da hast du andere Gedanken im Kopf. Du wolltest nicht nach dem Weg fragen, sondern du findest sie irgendwie interessant und weißt nicht, was du sonst sagen sollst. Das merken andere. Das kommt einfach nicht synchron rüber. Deine Gedanken sind nicht synchron mit deinen Taten und das merkt sie. Das merkt sie. Das merken wir alle. Und daran zu arbeiten, dass deine Worte, deine Taten und deine Gedanken auch einfach dasselbe widerspiegeln, was wirklich in dir ist. Das ist die Kunst der Authentizität. Du möchtest authentisch sein, dann arbeite daran, dass deine Worte, deine Taten und deine Gedanken synchron sind. Du tust das, was du sagst. Du denkst das, was du sagst und Menschen wissen, was sie an dir bekommen. Das heißt aber nicht, dass du nicht auch mal für eine Überraschung gut bist oder mysteriös sein kannst. Das heißt nicht, dass du jedem Menschen alles über dich preisgeben musst. Du kannst immer noch ein Mann sein, der Grenzen aufzeigt, der sagt, nee, darüber möchte ich nicht sprechen oder nein. In welchen Situationen auch immer, du kannst auch mal sagen, nein. Und das macht dich natürlich interessant. Da kommt dieses, er will mich, er will mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Du hast diese vollkommene Hingabe, bist komplett in diesem Wow-Moment vor ihr, schaust sie ganz verliebt an, weil du in diesem Moment einfach verknallt bist. Das muss nicht so groß sein, du musst nicht wirklich verknallt sein, aber du findest sie einfach nur umwerfend. Und im nächsten Augenblick, im Gespräch, sagst du dir dann, nee, 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 so schnell nicht. Wir sind noch gar nicht zusammen. Ein Schritt nacheinander. Erstmal bla, bla, bla. Und dann sprecht ihr vielleicht über etwas, was gar nichts mit euch zu tun hat. Sie spricht über eine Lieblingsserie, die du hast oder die sie gerade hat. Und du bist dann auch wirklich mit deinen Gedanken bei der Serie, nicht mehr bei ihr. Sie merkt, ah, okay, er liebt diese Serie oder er mag diese Serie überhaupt nicht. Cool. Er ist wirklich authentisch. So, und später spricht ihr vielleicht wieder über irgendwas, was ihr gemeinsam liebt oder du schaust ihr einfach nur in die Augen und merkst, dass sie wunderschön ist und du bist mit ihr auf einem Date und dann sagst du ihr das auch. Du schaust in die Augen, merkst es, die wunderschön ist und dann sagst du, boah, du bist echt wunderschön gerade. Und im nächsten Augenblick, mein Lieber, das ist wieder, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Im nächsten Augenblick ist sie vielleicht schüchtern und sie guckt weg und sagt, danke schön und guckt weg. Ist es jetzt das Richtige, den Druck aufrecht zu halten und sie weiter anzustarren und nichts zu sagen oder möchtest du, dass sie sich wohl bei dir fühlt und du bemerkst das und hilfst ihr, wieder auf andere Gedanken zu kommen, indem du das Thema wechselst. Indem du auch den Kopf dann zur Seite legst, wie gesagt, Augen unabhängig vom Kopf, schaust zur Seite, schaust überall hin und sagst nochmal, erzähl mir nochmal über die Arbeit, was du da vorhin gesagt hast. Was genau ist denn das, was du daran liebst, andere Menschen zu unterstützen? Die Tatsache, dass du flexibel bist in deiner Hingabe und auch in deinem eigenen Körper, das ist, was Menschen dann als sowohl authentisch als auch attraktiv wahrnehmen. Wir alle möchten etwas davon abhaben. Jeder von uns möchte so sein wie jemand, der sich einfach nur wohl in seinem eigenen Körper fühlt. Wenn wir so jemanden sehen, dann können wir auch nicht weggucken. Das ist anziehend. So will ich auch sein. Ich will eine Scheibe von dem Kuchen abhaben. Und wenn du das bist, dann, und halt im Gespräch mit deiner Frau bist und ihr das erlaubst, dass sie sich bei dir frei entfalten kann, dass sie so sein, sein kann, wie sie ist, so mit ihren vielleicht nicht witzigen Witzen oder sehr witzigen Witzen, die sie aber bei ihren Freundinnen nicht machen kann oder bei anderen Männern bisher nicht machen konnte und sie einfach so sein darf, wie sie sein möchte und du sie nicht dafür verurteilst, einfach weil du den Raum schaffst, weil du es gut meinst und ihr das nicht erlaubt, einfach aus Angst, dass sie dich sonst wieder verlässt und das Gespräch vorbei ist. Das ist halt aus Angst. Deswegen hältst du dich dann zurück oder bist dann auch unauthentisch, sondern aus Liebe zu ihr, einfach weil du sie einfach verehrst gerade, dieses kindliche Staunen hast, die Neugier hast und es einfach jetzt gerade den Moment genießt. Wenn du diesen Raum schaffst, dann bist du sowas von anziehend für sie. Es entsteht eine Blase um euch herum, wo ihr beide die Umgebung vergessen werdet. und das ist dann auch ein Moment und ein Zustand, zum Beispiel auf einem Date, wo du auch dann nicht drüber nachdenkst, was du als nächstes sagen solltest und so weiter und dann musst du auch keine Sorge haben vor peinlichen Pausen, die du füllen musst, weil diese Pausen werden nicht existieren, weil ihr werdet so synchron miteinander sein, dass es einfach fließt mit euch. Ihr werdet einfach über Dinge sprechen können, die euch beide interessieren. Und ich habe schon häufig mit Männern gesprochen, die jetzt nach so einer Ansage zum Beispiel sagen, du, ich gebe liebend gern Frauenkomplimente. Das mache ich sehr gerne. Ich liebe es, wenn Frauen strahlen. Das ist nicht mein Problem. Und sie haben scheinbar aber nichts von dem gehört, was ich im Kontext heute gesagt habe, nämlich die Unabhängigkeit, dass du nicht auf ihre Reaktion angewiesen bist. Wenn du jemand bist, der gerne Komplimente gibt, dann realisiere, dass übermäßige Komplimente, um etwas zu bezwecken, extrem creepy rüberkommen. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass du auf irgendwas weiteres achten musst? Nein, es heißt, dass du dir diese Folge bitte nochmal anschaust, weil wir sagen es immer wieder, sobald du einen Zweck damit erfüllen möchtest, dass du ihr ein Kompliment gibst, das ist, wenn das Kompliment in die Hose geht. Das ist, wenn es nicht gut ankommt. Wenn du ihr gerne ein Kompliment gibst, weil du es liebst, wie sie danach strahlt, bist du da wirklich ehrlich mit dir, wenn du ein bisschen tiefer gräbst, weil in den Gesprächen mit den Männern kamen irgendwann immer raus, ja klar will ich, dass sie mich mag. Also, du tust es nicht, weil du ihr einfach nur sagen willst, wie toll sie ist. Du sagst es, weil du möchtest, dass sie dich mag. Du möchtest, dass sie überzeugt. Und das ist das Ding. Ja, aber Andi, soll ich etwa nicht wollen, dass sie mich mag? Soll ich wollen, dass sie mich hasst oder was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber soll es mir egal sein, dass sie mich mag oder nicht mag? Exakt. Das ist, was ich sage. Hä? Es soll mir egal sein, ob sie mich mag oder nicht mag, aber ich meine, es ist mir doch immer wichtig, dass Menschen mich mögen. Und genau das ist dein Problem. Es ist dir immer wichtig, dass Menschen dich mögen. Das brauchst du nicht. Jeder hier hat Werte. Wenn du alleine auf einer Insel überleben musst und du triffst 50 neue Leute, die da ebenfalls überleben auf der Insel, keiner von denen kanntest du vorher, ich garantiere dir, du wirst neue Freunde finden. Ich garantiere dir, du wirst... Und einen Untergrundbunker, wo du Zahlen eingeben musst. Ja, genau. Alle 48 Minuten. Und ein Polarbär, den du nach der ersten Folge nie wiedersehen wirst. Nein. Du wirst tiefe Verbindungen aufbauen können. Du wirst Leute haben, denen du vertrauen kannst und die dir vertrauen. Das wirst du schaffen. Garantiert. Jeder, der hier immer noch die Podcast-Folge hört, ist einer von den Männern oder Menschen, denen Verbindungen wichtig sind, die für andere auch da sein wollen. So, ich mache mir da bei dir gar keine Sorgen. Okay. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, neue Freunde zu finden in deinem neuen Arbeitsplatz. Vielleicht bist du umgezogen und du bist schon über 30 und es ist einfach nicht so leicht, wieder Verbindungen zu erschaffen. I get it. Ich verstehe das. Das ist aber nicht, wovon ich spreche. Ich rede davon, dass du keine Sorgen haben musst, dass du komplett alleine da sein wirst. Dass dich keiner will. Das ist nicht der Fall. Und das wird auch nie der Fall sein. Ja. Es ist aber wichtig, mein Lieber, dass wenn du mit einer Frau redest, die du magst, wenn du ihr ein Kompliment gibst, dass du nicht versuchst, sie zu diesem Kreis hinzuzufügen von den Menschen, die dich mögen. Scheiß da drauf. Sie ist in diesem Moment immer noch einfach nur eine Fremde. Und das ist auch okay. Vielleicht wird sie das auch bleiben. Du brauchst nicht von jeder Fremden die Bestätigung bekommen oder auch nicht von jeder Arbeitskollegin oder Freundin im entfernten Freundeskreis, brauchst du nicht die Bestätigung bekommen, dass sie dich mag. Es ist auch vollkommen okay, wenn sie dich nicht mag aufgrund des Kompliments. Vielleicht gibst du ihr ein Kompliment und sagst, wow, du hast ja mega die attraktive Art an dir. Du bewegst dich super charmant. Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Und dann versteht sie das und kriegt das komplett in den falschen Hals und denkt, du bist gegen Österreicherinnen oder sowas. Was weiß ich. Sie denkt irgendwie, du hast was gegen sie aufgrund von der Art, wie sie sich bewegt. Dann wirst du diese Frau nicht von dir überzeugt haben. Wenn dich das niederschmettert, dann ist das genauso ein Problem, wie dass es dich niederschmettert, wenn sie dich nicht mag oder dass du unbedingt willst, dass sie dich mag. Mein Lieber, es ist echt wahr, wenn du in die Gewohnheit kommen kannst, deine Bedürfnisse freier zu äußern, ohne direkt haben zu müssen, dass jemand deine Bedürfnisse erfüllt, dann hast du verstanden, wie man sowohl gut verhandelt, wenn es um Halt oder Falschen auf dem Supermarkt, wo auch immer geht, oder auch wenn es um Beziehungsführung geht, auch langjährige Beziehungsführung in deiner Familie mit deiner Ehefrau. Wenn du imstande bist, ein Bedürfnis zu äußern, du, ich fühle mich gerade zur Zeit nicht so gewertschätzt. Wir hatten früher mal einen richtig coolen Flow, als wir uns geküsst haben, als ich zur Arbeit gegangen bin und zurückgekommen bin und dann haben wir uns auf die Couch gesetzt und haben erst mal geredet über unseren Tag und dann habe ich deine Füße massiert und du hast mir einen Tee gekocht. Ich habe mich da viel mehr gewertschätzt gefühlt aufgrund der Zeit, die wir da miteinander verbracht haben. Das war irgendwie, wir waren präsent beieinander. Ich fände es mega, wenn wir das wieder so machen können, wenn wir das einführen können. Sagen wir mal, du äußerst dieses Bedürfnis in einer Beziehung. Wenn du dann erwartest, dass sie all diese Punkte für dich macht und du gibst ihr vielleicht sogar die Schuld, du sagst, warum machst du das nicht mehr? Du küsst mich nicht mehr, wenn ich aus dem Haus gehe. Kannst du mir nicht nochmal einen Tee kochen? Warum bist du immer wieder an deinem Handy? Setz dich doch jetzt bitte mal hin. und du willst, dass sie diese Bedürfnisse erfüllt. Dann wirst du Probleme damit haben. Dann wird sie diese Bedürfnisse nicht erfüllen wollen, weil sie erstmal eine Schuldzuweisung ihrerseits verarbeiten muss. Weil sie dann denkt, was mache ich denn falsch? Magst du mich überhaupt nicht mehr? Mache ich hier alles falsch? Das wird so nicht funktionieren. Es wird aber funktionieren, wenn du einfach nur deine Bedürfnisse geäußert hast und dann sagst, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich hoffe, wir können es irgendwie, vielleicht kommen wir da wieder hin, weil das fand ich echt schön. Dann merkt sie Unabhängigkeit. Dann merkt sie, oh wow, er hat einfach nur diese Bedürfnisse ohne das Komma und du bist schuld. Ist nicht dabei. Es ist einfach nur das Äußern eines Bedürfnisses plus Unabhängigkeit. Okay, dann kann sie auch dieses Bedürfnis, dann will sie auch dieses Bedürfnis erfüllen. Ansonsten machst du es dir selber schwer und genauso ist es eben auch beim ersten Kennenlernen. Wenn du da auf sie zugehst, wenn du da ein Hallo und wer bist du und ich habe dich hier noch nicht gesehen, wer bist du eigentlich? Wenn du da ein ich möchte gerne, dass du mir zeigst, dass du mich genauso magst, wie ich dich gerade mag, verkörperst, hat sie keinen Bock auf dich. Ist so. Es ist einfach so. Das ist so krass in uns verankert, dass wir jemanden erst dann wirklich an uns ranlassen, wenn wir das Gefühl haben, er braucht nichts von mir. Erst dann. Solange wir das Gefühl haben, okay, er hat irgendeine versteckte Agenda, ich weiß nicht genau, was sein Ziel ist, dann haben wir ein Schutzschild. Jeder von uns. Frauen erst recht. Ja, aber daran kann man arbeiten. Makako, unser Coach für Flirten, hat einmal sehr schön gesagt, emotionale Unabhängigkeit ist kein magischer Zustand, den du versuchst, jeden Tag zu erreichen. Es ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, die kannst du jeden Tag neu treffen, zur Unabhängigkeit. Und wenn du dich da regelmäßig zu entscheidest, dann wird irgendwann aus dieser Entscheidung eine Gewohnheit. Und dann bist du der Mann, der du immer schon hättest sein dürfen. Und der jetzt langsam wieder aus dir rauskommt. Absolut. Das sind dann die Momente, die wir instinktiv ja auch irgendwie dann auch in Filmen und so weiter bei dem Helden ganz interessant finden, dass er halt so über den Dingen steht, dass er die klügere Entscheidung trifft im Sinne von besser für sich oder besser für sich anstatt für sich für die Menschheit. Und das ist das, was wir dann auch interessant finden. Und das ist halt alles auch schon in uns. Und das sind dann, das sind diese Entscheidungen. Und der ein oder andere wird jetzt denken oder sagen, ja, aber dann kriege ich ja nie eine Freundin. Das haben wir auch vorhin schon an einigen Stellen schon adressiert. Und dann werde ich ja nie irgendwie ein Date bekommen und so weiter. Und das ist halt das Ego, das halt dir weiter Angst machen möchte, das dir Angst machen möchte und halt nur aus der Vergangenheit herausdenkt. Das Ego weiß nicht, was die Zukunft bringt. Du selber erschaffst deine eigene Zukunft, indem du gewisse Entscheidungen triffst, von Moment zu Moment. Und wie, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Henry Ford oder so, der sicherste Weg, seine eigene, oder der beste Weg, seine Zukunft vorherzusagen, ist, sie selber zu gestalten. Und das machst du halt mit genau diesen Entscheidungen zur emotionalen Unabhängigkeit, zu den Entscheidungen, die sich halt mehr expandierend, mehr nach Freiheit, mehr nach Liebe anfühlen, anstatt die, die nach ich, 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 ich muss das noch haben und dann, erst wenn ich das habe, bin ich glücklich, anfühlen. Das ist halt so, das fühlt sich halt nicht gut an und du weißt, welche Gefühle das sind. Du weißt, welche Dinge du tust, die sich, die du dir auch immer wieder denkst, die Sachen, die du dir denkst, die sich nicht nach Expansion anfühlen, sondern nach Kontraktion, nach Ego, nach ich, 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 armes Ding, ich, mir muss es gut gehen oder du bist schuld. So, das sind diese Emotionen, diese Gedanken, dass, ähm, die fühlen sich nicht gut an und wenn du dich nicht für diese entscheidest, sondern für die, die sich nach Freiheit, nach Expansion anfühlen und das immer wieder machst, dann ist das immer wieder eine Entscheidung zu emotionalen Unabhängigkeit und dann wirst du auch Dinge erleben, die du dir jetzt mit deinem Ego-Gedenke nicht vorstellen kannst. Du wirst dich dann nicht mehr darum kümmern müssen, wo du dann die nächste Frau herbekommst und dass du auch dann nie wieder oder nie eine Freundin bekommst oder was auch immer, dann werden Dinge passieren, dass Frauen dich ansprechen werden. Jetzt auch am Wochenende mit den beiden Jungs, die ich ja hatte, ähm, die haben das am, direkt am Freitagabend, da hab ich, da bin ich mit denen in den Club gegangen und hab denen gezeigt, worauf es, worauf es wirklich ankommt und die konnten direkt sehen, dass Menschen sich um uns versammelt haben, dass Frauen uns angesprochen haben. Das sind Dinge, die, die halt nicht linear wirken. Das ist nicht irgendwie so, weil der große Wunsch eines Mannes ist doch immer so, okay, ich möchte einfach, dass Frauen mich ansprechen. So bekommst du das. Und dann kannst du dir einfach genau diese Frauen auswählen, die wirklich gut zu dir passen. Du hast dann wirkliche Auswahl, weil du halt nicht aus krampfhaften, kontrahierendem Ego-Gedanke ich, ich, ich auswählst, weil du denkst, dass du sonst niemand bist oder irgendwie kein echter Mann bist und so weiter, sondern du machst das, was dir Spaß macht. Du lebst deine Passion Moment für Moment und dann passieren Dinge, dann werden Frauen in deiner Nähe immer wieder auftauchen, deine Nähe suchen und dann musst du einfach nur zugreifen im Sinne von, ich spreche die jetzt an oder ich lasse mich auf dieses Gespräch ein. Oftmals ist es das schon. Also oftmals ist das schon das Mindestmaß, was nötig ist, damit ihr zwei zueinander findet. Es ist crazy. Also wir denken, wir müssen alles richtig machen von Anfang bis Ende, aber nee, natürlich kannst du deine Chancen insgesamt natürlich vergrößern, wenn du ein bisschen Bescheid weißt, wie man interessante Gesprächsführungen gestaltet, wie das Fragespiel funktioniert, was Flirtelemente sind, was Anziehung ist, wie du Vakuum aufbaust, all das, das kann man dir beibringen. Das ist kein Problem. Damit kannst du die Chancen natürlich vergrößern. Aber davon abhängig zu sein? So ein Quatsch. Hast du deine Eltern mal gefragt, ob sie was von Vakuum oder Flirtelementen gehört haben? Definitiv nicht. Sie haben es trotzdem irgendwie hinbekommen, sich zu finden. Das kannst du auch. Also das haben Menschen, das haben wortwörtlich alle Menschen vor uns in deinem Stammbaum schon geschafft. Alle. Alle in deiner direkten Stammbaumlinie haben das geschafft. Das ist eine unvorstellbare Anzahl an Menschen, die das gekonnt hat, ohne Flirtcoach. So, wenn wir sagen, du brauchst uns nicht, dann meinen wir das auch wirklich so, du brauchst uns nicht. Aber das Geile ist halt, wenn du einmal gesehen hast, oh, hier ist etwas, das kann ich lernen, das kann ich verkörpern, das kann ich zu einem Teil von mir machen, damit ich mich endlich wohlfühle und frei fühle. Ja, cool, okay, die können mir das beibringen. Und da gibt es eine kostlose Flirttyp-Analyse. Alles klar, das nutze ich. Das ist eben der Vorteil von einem Coach. Er kann dich halt schneller an dein Ziel bringen. Und wenn du vielleicht schon über 30 bist und du hast so viel Zeit, Energie und Geld in deine eigene Entwicklung gesteckt, in deine berufliche Entwicklung und dass da endlich auch mal eine Partnerin deiner Seite ist, du hast keinen Bock, da noch weitere Jahre zu verschwenden und rumzusuchen und zu experimentieren, ja klar, dann kann ein Coach genau das Richtige für dich sein. So, dann kannst du dich bei uns melden. Denn ich kann dir nur ans Herz legen, mein Lieber, das ist so, so, so wichtig, dass du, was wir dir hier mitgeben, nicht einfach nur als netten Tipp abtust, sondern im besten Falle, dass du dir die Folge nochmal anhörst und du dich selber überprüfst, mach ich das denn? Mach ich das denn selber? Oder, Mann, erwischt, ertappt. Weil keiner von uns ist dazu verdammt, die Resultate zu haben, die er jetzt gerade hat. Das lässt sich alles beeinflussen. Deine Resultate lassen sich, wie Dominik gerade gesagt hat, der beste Weg, deine Zukunft vorherzusagen ist, dass du etwas machst, dass du neue Gewohnheiten etablierst. Das ist das geilste Geschenk der Welt, wenn du einer Frau eine Persönlichkeit präsentieren kannst, an der du gearbeitet hast. Es gibt kaum was, was eine Frau mehr beeindruckt, als ein Mann, der seine eigene Persönlichkeit entwickelt hat, der nicht daran gearbeitet hat, mehr Geld zu verdienen oder was weiß ich, irgendeine Firma zu mehr Erfolg zu führen. Nein, sondern ein Mann, der an sich selber gearbeitet hat, der seine eigenen Ängste angeschaut hat und gesagt hat, das ist der Kompass, der in die Richtung zeigt, in die ich gehen muss, um zu wachsen. Ich werde genau das tun. Ich war zum Beispiel sehr schlecht darin, Dinge zu organisieren, überhaupt irgendeine Ordnung zu halten, im Privaten, im Beruflichen, war ich überhaupt nicht gut darin. Und ich war nicht gut darin, Menschen zu führen, große Menschenmengen zu führen, überhaupt mit Menschen so zu interagieren, wie ich das immer gesehen habe, ganz charismatisch, damit du auch im Beruf das bekommst, was du brauchst, dass deine Kollegen, Mitarbeiter das tun, was du gerne hättest. Da war ich so schlecht darin. Ich war in meinem früheren beruflichen Leben, war ich Cutter. Ich war hinter dem Computer. Ich habe im Film gearbeitet und ich war in einer Stelle, die introvertiert war, die für Introvertierte geschaffen ist. Und ich habe gemerkt, ich kann all diese Sachen nicht. Ich möchte sie lernen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, als ich noch nicht den Berufsweg gewechselt habe, habe ich gesagt, okay, dann werde ich jetzt Produzent. Ich werde jetzt Producer. Ich werde jetzt mehr organisieren. Ich muss mit Menschen zurechtkommen. Ich muss Menschen auch charismatisch irgendwie ansprechen können, dass sie sich auch in meiner Nähe so wohlfühlen, damit ich auch das Projekt an ein schönes Ziel führen kann. Und das war komplett außerhalb meiner Komfortzone. Komplett. Musste ich komplett lernen. Wenn du dir meinen TEDx Talk anschaust, dann wirst du merken, oh, okay, hört sich alles recht souverän an. Ja, alle Menschen, die mich wirklich kennen, werden dir sagen, Andi war wahrscheinlich sehr nervös bei seinem TEDx Talk. War ich. Extrem. Weil es mir, weil es mir wichtig war, diese Botschaft rüberzubringen an dich. Und das ist das Geile. Wenn du nervös bist, dann merkst du, dass es dir wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass du nervös bleiben brauchst, sondern es gibt auch einen Weg, dich da in die Leichtigkeit und Lockerheit zu manövrieren. Und den können wir dir zeigen. Also bleib dabei. Wenn du einen Titelvorschlag für eine weitere Podcast-Folge hast, dann schreib sie uns gerne in die Kommentare. Wenn du natürlich sofort loslegen willst und du sagst, nee, kein Bock mehr, ich will sofort loslegen, ich will mein Leben anpacken, Andi, ja, dann kommen deine kostenlose Flirtübung, Charisma-Analyse. Wir wollen Hauptsache, dass du für diese Welt noch sehr lange ein Beitrag sein kannst und deinen Beitrag leisten kannst, indem du andere dazu inspirierst, selber frei zu werden, sich glücklich zu fühlen in ihrem eigenen Körper und dann wiederum andere glücklich zu machen, dadurch, dass sie das inspirieren bei anderen. Und deswegen sagen wir, fahr vorsichtig.